Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Black Ops 2. Heute mit dabei ist Ghost Rider. Jau. Genau. So, jetzt machen wir aber Standard. Ne, nicht mehr. Scheiss Nuketown. Ne, ich bin eh schwul. Team Deathmatch, Herrschaft oder Abschluss bestätigt bin ich. Abschluss bestätigt wieder mal. Schon lange nicht mehr gespielt, ja. Ja, eben. Nein, hier kommt Nuketown, Mann. Ich glaube es nicht. Super. Ich habe so die Schnauze voll von der Map wirklich. Aber ja, machen wir wieder mal Knife Run. Hm, du sagst es. Und toll. Ein Vierer Clan als Gegner. Man macht es sicher wieder Boom-Tot, Boom-Tot, Boom-Tot. Ja. Komm, wir sind schon Granaten geflogen hier. Da ist einer. Komm her. Einer weniger. Wo ist der Typ hin? Zwei weniger. Komm her. Der dritte Weg. Stirb doch, Mensch. Ach, leck mir doch im Sack, ey. Viermal zustechen kann man. Aber nein, er liegt auf dem Boden, ne. So einer Bodenliegenden. Crack-Hure. So. Da ist er. Es reicht's aber. Ja, komm, ey. Er schiesst auf mich, aber nicht auf dich, ne. Wo du fast neben ihm stehst. Ja, sterb da einfach alle, Mann. Ah, leck mir doch im Sack. So. Jetzt ist, jetzt ist dein Wicke, Mann. Alter, ich stech doch zu. Was willst du noch? Scheiss-Gemper! So. Das musste mal gesagt werden. Sorry. Da, ey. Ups. Oh, komm, ey. So. Man muss nur warten, bis sie mal nachladen, ne. Da kommen gleich wieder zwei. Wie könnte es auch anders sein. Zack. Kehle aufgeschlitzt. Ich hab doch... Ja. Was zum Teufel war das jetzt? Hm, hast echt zu wissen. Komm her! So. Du bist mein nächstes Opfer. Komm her! So. So. Ah, das warst du. Ja, wenn sonst... Jetzt reicht's aber. Hätte nur ein Meter gefehlt, dann hätte ich zustechen können. Dann kommt einer. War ja klar. Ja, was zum Teufel, ey. Ha! Wird ausgenutzt, dass er nachladen muss und dann zustechen. Ah, Mann. Ja, klar, komm. Und zack. Ja, drei Stücke. Vier! Oh, Mann. Ah, komm, stirb. Nervst mich. Ah, wäre jetzt schön gewesen, wenn er noch über mein Essen hier gelaufen wäre. Aber das war wohl nix. Du! Shit. Shit. Ich hab dich. Dann schleicht er sich wieder von hinten an. Geh weg. Oh, gleich fünf Stück da draußen, Mann. Boah. Ja, klar, komm. Und weg ist er. Du hast mein Emblem geklaut. Ja? Du. Nein. Doch, ich hab keine Chance, natürlich. Natürlich ist es direkt über das Emblem. Wo ist er hin? Oder da? Nein! Oh! Schweine... Oh, 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 lau auf! Ja, ich war schon lange drin, aber... Ja. Was zum Teufel? Oh! Oh, ist die Scheissdrohne? Ich will sie vom Himmel holen. Oh! Ich war doch schon lange um die Ecke! Was soll das Scheiss? Hm. Ich weiß. Stirb! So. Hebekommen auf die Schnauze. Ich weiß, aber egal. Ja. Warte, ich bin 30 Mal gestorben. 30 Mal! Hm. Du wirst nicht wissen, wie oft, dass ich schon gestorben bin. Neunundundundundundund. Ey, doch das ist ein Bläh, Mann! Abschuss bestätigt! Achtung, feindliche Fernblänkladung entdeckt. Abschuss bestätigt. Ja. Niederlage. Und wer ist der letzter Abschuss? Ich weiß es nicht. Ich! Ich! Wie hätte es anders sein können? Ab 8000 XP verdient. Da kann ich nicht klagen. Gleich noch mal, Nuketown Abschuss bestätigt. Natürlich. Ghost Rider. Ja, sie ist mit mir. Eine Quote von 0,12. Halt's Maul. Gut, ich habe mich auch schon ein bisschen verschlechtert. Ich bin momentan auf 1,08. Vorher war ich ja noch auf 1,10, aber... Da merkt man es halt, wenn man Black Ops schon länger nicht mehr gespielt hat. Ja. Bei mir habe ich alle gemutet, als ob ich. Ja, ich habe es halt leider vergessen, aber... Let's make some rage. Hm. Einer weniger. Oh! Oh! Upsala. Wir haben den Vorteil verlohren. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Hoppala. Ich mach wieder Schock und treff ich was. Abschuss verwehrt. Jaaa ich will doch nur das Emblem holen mann. Stirb. Hauptsache ich hab das Emblem gekriegt. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radaraufwand. Ladung start. Abschuss bestätigt. Abschuss verwehrt. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Boah. Hey man scheisse auf dem Boden liegen. Ich hasse das. Abschuss verwehrt. Da. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Drohende Nerven. Abschuss bestätigt. Mein Emblem. Vorräte erwarten Befehle. Abschuss bestätigt. Upsala hab ich da was geklaut. Abschuss bestätigt. Aber egal. Er ist erledigt. Ja nehm das Emblem doch mann. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Er hat ja kein Zweck so. Er ist wie ein Blitzschlag und eine Hellstorm-Rakete einzusetzen. Wenn wir uns weiter sind. Sie sind immer noch zweiter. Ist ja langweilig. Ja. Ist das Feind? Nein. Gut. Na los na los! Ja toll. Hm. Okay jetzt sinds schon wieder mehr. Vier. Auch gut. Und schon kommt ein verbündeter Blitzschlag. Sind jetzt sicher da hinten. Ja 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 ja. Mit der Schock gar nicht zu viel riskieren. Meinst du mich? Oh. Was war das jetzt? Das war jetzt ein Fail. Ein unnötiger Fail. Verbündete Drohne näher sich. Verbündete Hatterkiller ohne eingesetzt. Ups. Das ist ein Kollege. So jetzt sind wir mal den Blitzschlag ein. Sind im Luftraum und einsatzbereit. Mal sehen ob ich sowas... Anrufen kriegst du vor. Nix! So die Gegner sind vollzählig. Oder? Ja. Ja klar. Verbündete Hatterkiller Drohne eingesetzt. Ja klar komm ey. Verbündete Hatterkiller Drohne eingesetzt. Boom. Boom. Abschluss bestätigt. Da war ich zu spät. Da war ich zu spät. Das ist ein... Das ist ein Mist. Ah. Da kann ich jetzt bisschen neifen. Ich mag neifen. Das ist ein Typ. Vorreite unterwegs. Abschluss bestätigt. Das wird mit der Drohne näher sich. Das ist ein Typ. Vorreite unterwegs. Da im Haus sind viele! Dort! So, noch meine Vorräte anfordern hier. Kannste ja. Ist nur eine Drohne. Ein Schwarm wäre geil gewesen, ne? Gleich zwei weg. Schon wieder! Hälst du am Raketen! Hellstorm Rakete überrascht! Ah, der mit der Schockgang, Mann! Verbündete Dragonfire eingesetzt! Boom! Gleich zwei weggefetzt! Verbündete Hellstorm Rakete unterwegs! Verbündete Vorräte unterwegs! Ah, scheiß auf die Vorräte! Verbündete Vorräte unterwegs! Ich geh jetzt hier auch in Kampf! Verbündete Drohne näher! Verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt! Magazin! Alter! Abschluss bestätigt! Halt da! Halt da! Halt da, stirb doch! Abschluss bestätigt! Ja! Und ich bin sogar positiv dran! Ja! 15, 12! Ich ho... Du bist wieder der Le... Ich wollte ihn... Nein, ich wollte ihn knifen, aber der andere da hat ihn abgeschossen! Mhm! Hellstorm Rakete abschissen! Super! Ich hab die Hellstorm Rakete noch nicht so oft eingesetzt bis jetzt, aber... Ja! Jetzt hab ich den Erfolg auch! 13.000 XP! Fast 14.000! Mhm! Mhm! So, ich würde sagen, das war's wieder mal für diese Episode! Ja! Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao! Wenn, dass... Ich bin so... Ja!